Was?! Yo Leute, herzlich willkommen auf Fantasy TV, wir spielen heute Call of Duty Wars und neue Sache Heißt Juggernaut Royale 3er Ich weiß nicht ob das richtig ausgesprochen ist oder nicht Auf jeden Fall, ich probiere das mit euch zusammen Das habe ich nicht einmal gespielt, also nicht privat, deswegen Das ist meine erste Runde bei Juggernaut Royale 3er Let's go my team Anscheinend spielen wir mit einer großen Map Ja, wir spielen mit einer großen Map Das ist unsere Abstrumpktion Aber ich komme nie mit alle Weil es gibt nur 3 3 davon Ähm, wir müssen, glaube ich, das erste dort hin, ansonsten werden wir das geklaut Den pinne ich mal Okay Okay Genau da Na, der macht mich gerade Angst Was heißt Angst? Alter Junge Was geht? Was geht? Was geht ab, Alter? Ach du Kacki Ach du Kacki Hä Wom alle Junge Alle gehen hin Was ist los? Ich habe Angst, dass der noch überfährt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Okay Ja, Bazar Hab bestellt Wirst du sehen, hallo Hey Hier, hallo Myronex Hallo, wirst du sehen Guck wie spät Oh, schade Du kommst zurück an die Front Wenn du verlierst War's das Alle haben aufzuschießen Digga, die Sterne nerven Au, da wollen die mich boxen Digga, seit wann gehen die das mit boxen So Aha Na aber was muss ich jetzt machen Hä 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 Ich verstehe, ich verstehe den Sinn nicht gerade Jetzt bewegen sie sich, was muss ich jetzt machen, die killen oder was Die haben aber Panzer Lass mal probieren was die hat Warte mal ich pinke Feindliche Jagernot Egal wenn ich sterbe jetzt, ich will halt wissen was der trägt Digga Weil ist sinnlos Digga, sinnlos Mit Auto befahren länger nie Ich wiederhole das ab jetzt Das ist Das ist umfähr Digga Das ist umfähr Mit dem Auto Was Er hat mich gar nicht getroffen Was Er hat mich gar nicht getroffen Oh Mensch Jetzt weiß ich was das bedeutet Jetzt weiß ich Jetzt weiß ich was das bedeutet Okay Ist drinnen Du führst sie an Okay Okay Wir gehen Lombo Leute ganz schnell Ah da gehen viele hin Digga, da gehen viele hin Da gehen viele hin Ach du Kacke Ich will es erleben, ich gehe dort hin Ich will es erleben wie die Kämmerin Ich weiß sogar ab Schrei Ach du Kacke Ach du Kacke Ach du Kacke und nun mal dieses Scheiß also wie gesagt ist wie die Säme zu sehen los gerade ich wollte nur testen aber am Ende kommt sowas die Euro wie solcher Mann Sachsen wird jetzt in Gula verkacken Bruder so schön meine wichtigsten hierher dies ist Kassel dies zum einen Rolex sehr Uwe die 30 Leute es ist für meine Uhr das ist für meine Uhr Oha! Achso, ich dachte, das sind immer noch meine. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Genau. Ja, dann ist das Video auch vorbei. Oh. Ja, Leute, das war's eigentlich mit meinem Video. Ich wollte euch testen, ich hab das komplett anders vorgestellt, es ist wie kleine Map und Kämpfen und so. Aber so ist es wirklich langweilig, ich bin ich halt solo besser, Digga, auf jeden Fall. Ja, wenn euch das gefallen hat, lass ein Like, ein Abonnier, aber ich glaube, das Video hat uns nicht gefallen, weil mich hat das auch nicht gefallen, aber ich lade es trotzdem hoch, weil ist das was Neues, weißt du? Also, ich hab das als Neues gespielt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Peace. Out.